So, wir sind wieder zurück in Vietnam. Wo sind welche? Mit dabei ist der Ending wieder. Fanggeber mein Name. Warte. Oh, da sind mehrere. Warte, warte, warte mal. Oh, zu spät, entschuldige. Was denn? Du wartet nicht. Na, der hat uns jetzt gesehen, der eine, wenn ich das nicht gemacht hätte. Mich nicht. Ja, mich hat er entdeckt jetzt. Okay, bei dem warte ich jetzt, wenn du willst. Ja, warte. Er kommt. Schaut so lustig aus. Der bewegt sich gar nicht. Sicher bewegt sich, schau wie er läuft. Zack, 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 zack. Weißt du jetzt, wie man den Befehle gibt? Oh, Wildschwein! Ja, aber ich weiß nicht, ob er, ich wollte eigentlich wissen, ob er schießt, wenn mehr Leute sind. Weil wenn er schießt, hört uns jeder. Oh, er ist einfach so hingelaufen und den hat keiner gesehen. Was ist er für ein Teeter? Darum habe ich mir nicht gedacht, dass da jetzt so Gegner sind, weißt? Ich auch nicht. Darum bin ich jetzt fast in die Gegner reingelaufen. Ich auch. Aber es geht also. Ja, lass man einfach da, oder? Bei uns. Wenn unbedingt viel. Das ist ein Risiko. Oh, ich habe eine Wildkatze gehört. Mich auch. Darum meine ich schon ein bisschen. Okay. Ich gehe auf die andere Seite. Die sind alle dringend, glaube ich. Wow. Die sind alle dringend, glaube ich. Und deine Zornbalken sind komisch. Das ist der Boss quasi, glaube ich. Der, genau, Kommandeur. Da einfach eine Granate rein und geht schon. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Aber man die Notizen kann ich nicht aufnehmen. Das ist ja schon. Unten ist er. Er ist unten irgendwo hin. Wir fallen noch lieber wieder Hunde. Oh. Oh. Oh, was ist das hier für einen Ton? Oh, was ist das für ein Tun? Oh, egal. Oh. Oh. Der er lässt es einfach weiter rennen, dass er mich abknallt. Oh, wow, scheiß Hunde Da war hinter dir einer. Da ist er zu Ende. Oder bist du da noch weiter? Ich muss zu Ende. Ach, da bist du da unten noch weiter. Oh, wie geil. Was schießt er? Ich war das. Das war ein Hund. Jetzt geht es wieder rauf. Warte mal, ich will schon auf der Karte, wo ich bin. Wir sind aber gegen oben. Hast du mich jetzt getötet? Geht das? Natürlich. Aber ich bin auf einmal tot gewesen und ich fand nicht, dass ich wenig Leben hatte. Warte mal, geht das? Ja. Oh, shit. Okay, da müssen wir aufpassen. Ich glaube, das ist auch in Frankreich schon rauf gegangen. Entschuldigung. Ja, aber ich habe immer den Dach, weißt du? Wollte es nicht dauern? Na, bei den Zommels ist das nämlich auch nicht gegangen. Oh ja, weil Zommels auch gegangen. Okay, Entschuldigung. Oh. Oh ja, weil wenn ich meine Granaten geschossen habe, bist du auch angestellt worden. Ah ja, stimmt. Die müssen nicht auf jeden Fall irgendwie jetzt weg, weil sonst kommen immer mehr. Ich muss auf der Karte schauen, wo wir jetzt hingehen. Ja. Ich tue dich dabei schützen. Ah, beilig. Ähm. Ja. Oh. Okay, 700 Meter. Gehen wir. Im Laufschritt. Da vorne ist ein Turm. Aufpassen. Ja, da oben ist er. Da ist er drin. Scheiße. Da haben wir uns jetzt gehört. Ah, die hinter uns haben wir uns auch gesehen. Tom ist auch bei einer. Wo? Da ist hinter der Berg. Ah, der ist hinter der Berg. Okay. Meine Musik ist los. Ich glaube, ich habe sie abgekriegt. Ja. Ist das geil. Fahrzeuge fehlen. Ein bisschen. Na ja, hier im Dschungel finde ich das okay. Ja, Mopeds oder sowas. Die müssen ja auch irgendwie vom Stützpunkt zu Stützpunkt kommen. Wenn schon, dass du einen Fluss hast mit Booten oder so. In Vietnam. Ist da ja keiner drinnen oben? Nein. Ich steige einmal rauf und schaue mal, ob ich irgendwas sehen kann. Ich höre zwar überall Stimmen. Da solltest du hier raufkommen. Warum? Erste Hilfesetz und so, Wander. Ich bin voll mit dem. Ah, okay. Ich habe selbst schon da oben nichts mehr ansammeln können. Sniper? Wenn wir in den Bunker waren. Kein Platz. Okay. Außer sie als Schalldämpfer, dann nehme ich sie. Das weiß ich nicht. Oh, wie bist du da vorbeikommen? Hinter uns waren Leute. Ich glaube, wir sind Patrouille. Warte, da ist eine Seilwinde ins Tal runter. Bin schon unten. Oh. Oh. Ein beschissener Panther! Panther? Oh mein Gott, ein Panther. Wo? Bei dir? Ich habe gerade gehört, ein beschissener Panther. Oh, er ist schon unten. Ja, ich habe nicht gedacht, dass da Gegner drin sind. Shit! So. Ist gleich da vor uns. Warte, warst du im Haus drinnen? Ja, da habe ich das zerstört gerade. So. Jetzt ist ein Panther vor uns irgendwo. Mit, 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 mit. Ich sehe keiner. Jetzt sehe ich Hand. Ziel nicht angreifbar. Das ist außerhalb der Kampfzone. Negativ Python to Five. Dafür haben wir nicht die Reichweite. Warte, das machen wir. Auf der guten alten Methode. Oh, Alter. Okay. Weil der im Hort stirbt, weil er verbrannt ist. Oh, der A-Verbündel ist glaube ich auch tot. Ja. Es läuft. Oh, der wird aufs Dolz rein. Oh. Was wird das so heißer? So, unten kommt einer. Wenn der Luftschlag kommen soll. Nein, ich kriege keinen Fall dazu. Ich kriege keinen Fall dazu. Ich kriege keinen Fall dazu. Warte, irgendwo war jetzt markiert. So. So. Hast du alles? Wie? Alles. Ich denke schon. So jetzt, wir gehen jetzt in Richtung A-Polt. Oder? Ja, wir haben eh Nummer eins. Da war. Ja genau, A-Polt. Das ist der zerstörter Flux ist eins. Was wird? Nein, das wird sein. Also wenn du jetzt zum Abholpunkt gehst, ist der abgeholt und die Mission ist wahrscheinlich vorbei. Ja. Und so tut man entdecken noch. Und so tust du die Karte quasi und solche Sachen noch machen. Dann würde ich aber sagen, wir rennen zuerst den linken Teil der Karte ab, so wie jetzt. Und dann den rechten unten, oder? Na ja, ich würde zuerst nach runter gehen, weil der... Oder warte mal, links? Links haben wir doch schon mal. Ja, ich weiß nicht, was ist... Nein, ich meine links unten. Also unten und oben. Ja, ja. So mache ich das. Ich würde runter gehen jetzt, ja. Aber ich weiß halt nicht, was unten ist. Du weißt ja nicht, ob da Missionen sind. Du kannst jetzt da im Dschungel auch gehen. Man sieht das ja nicht vorher. Aber gehen wir mal. Mal gehen wir einfach mal da drauf. Ich folge dir mal. Ja, man... Warte mal, irgendwo will. Auf wen schießt der da? Alter. Also die sind wir nicht wusste, wir sind so leicht Feinde. Ich will nur sagen, das sind Krokodile auch, gell? Echt? Ja. Da drüben ist eins. Schau mal, da. Da ist eine Base. Okay, keine Base. Ist nur was Gernes. Da kannst du noch einen Gewolfer nehmen, statt den Bogen. Wo ist ein Flagg? Oder 150 Meter vor uns ein Flagg? Nein, nein, holen wir es uns. Ah, da sind schon zwei Flaggs. Warte. Fern oder? Da ist ein Sniper oben. Schau Schütze. Schau aber in die andere Richtung. Da ist noch einer. Zweiter. Zweiter. Dritter. Warte mal. Machen wir mal die Köder Methode. sty. Was nicht verursacht. Wo ist oder? Echt...? Wie bist du? Warte mal. Dichtbar. Geil. Das ist. Warte mal. Wo ist er. Du darfst. Sie versuchen sieb. Ich glaube aber nicht, dass die... Was? Dass die Tiere... Äh... Oh, das sind zwei! Ich glaube, du bist fast entdeckt worden. Ja. Die wissen, dass du dort bist. Ja, Domi ist noch ein Sniper. Die Tiere hat aber keinenseits angelockt, gell? So. So. Sind alle weg? Ich denke. Danke. Ah, da kann man noch weiter drauf. Willst du die explodieren lassen? Äh... Haftmine. Also Haft... äh... Fernzinspringen. Muss ich schauen, ob ich das hab. Oh, da oben ist ein Panzerfaust. Mit dem geht's auch. Ah, da. Achso. Achso, hab ich schon. Wo hab ich denn das? Ah... Warte, ich komm runter. Nicht zünden jetzt. Okay. Ich hab mir gedacht, dass ich im Explosionsradius bin. Aber passt nicht. Achso, hast du die andere jetzt nicht gemacht. Ich dachte, du machst die andere. Also, wo ist die andere? Ah, da. Entschuldigung. Alter, was hast du da jetzt im Kraut? Die fährt dann um... Diese Kanone ist jetzt außer Betrieb. So. Wir haben ein Flugzeug in der Kampfzone. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie Ziele dafür haben. Das war jetzt nice. Auch wenn ich fast entdeckt worden bin, ich hab das beste draus gemacht. Und bin nicht entdeckt worden. Ja, wir haben das sehr gut gemacht. Danke, dass Sie diese Kanone ausgeschaltet haben. Da unten haben wir auf jeden Fall... ...ein Camp, glaub ich. Jawoll, gehen wir einfach mal da rauf, wo ich gesagt hab. Warte, da ist einer. Ja. Uh, da unten ist was. Oha. Kannst du da markieren oder Luftschlag oder schalten wir's aus? Ja, versuch ich grad. Oh, der rennt hinter der Trottel. Okay. Ja, ich hab in den Befehl gemacht und schicken schon wieder. Boah, Alter. Ja, von denen haben wir eigentlich genug. Was? Ich hab vier von fünf... ...wieder. Wir kriegen immer, wenn wir irgendeine Mission machen, ...kriegen wir welche dazu. Warte, pass auf, da ist... ...zu Luft. Oh, pass auf hinter uns. Wir... Wir... Okay. Sehr schön, da die ist noch einer. Oh. Die überreden uns jetzt kurz. H-Bahn. Mit der Axt, Alter. Haben. Oh, das war jetzt... ...noobmäßig. Bisschen. Warum? Wenn ich jetzt fast draufgegangen wäre. Ach so. Bin ich. Eieie. Na gut, gehen wir weiter. Na gut, ich werde jetzt hier die Folge kurzerhand beenden. Eine geht da noch. Ich bin der Fanggeber. Macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba. Ja... Ja...